Ständig Durchfall, Blähungen und Bauchschmerzen. Dann hat mein Arzt mir Kijimea Pro empfohlen. Und meine Darmbeschwerden waren wie weg. Wie weg? Kijimea Pro. Mehr auf kijimea.de Herzlich willkommen zur Ad-Hoc24 am 3. Juli. Auch die freie Apothekerschaft bezog in der vergangenen Woche im Bundesgesundheitsministerium Stellung zum Apothekenreformgesetz. Hierbei positioniert sie sich, genauso wie die ABDA, klar gegen das Konzept einer Leitapotheke ohne Approbierte. An anderen Stellen, wie der Erweiterung der Impfkompetenzen, stimmt die FA dem Referentenentwurf entgegen zu. Bei vielen Themen liefert der Verein konkrete Gegenvorschläge, die die Lage der Apotheken verbessern sollen. Denkbar wären demzufolge Kompetenzerweiterungen für Approbierte und PTA und eine höhere Zuzahlung durch die Patientinnen und Patienten, was ein höheres Apothekenhonorar finanzieren könnte. Die CDU-Fraktionsvorsitzende Ines Klaus hat die hessischen Apothekerinnen und Apotheker eingeladen, im Landtag mit der Fraktion über ihre Themen zu sprechen. Der Einladung folgten Ursula Funke, Präsidentin der Landesapothekerkammer, Ulrich Laut, LRK-Hauptgeschäftsführer und auch Vertreter des hessischen Apothekerverbandes, wie der Vorsitzende Holger Seifert. Sie nutzten eine Stunde lang ihre Chance, mit Politikerinnen und Politikern zu reden. Bei der Fraktionssitzung am Dienstag war auch Gesundheitsministerin Diana Stolz und der hessische Ministerpräsident Boris Rhein vor Ort. Wir stehen fest an der Seite der Apotheker und werden ihre wichtige Arbeit unterstützen, so Klaus. Der Referentenentwurf zur Apothekenreform schlägt hohe Wellen. Politische Statements dazu gibt es in den unterschiedlichsten Formen. Eine Inhaberin und ein Inhaber machen aktuell mit Appellen auf ihren Kassenmonds auf die gesundheitspolitische Lage in den Apotheken aufmerksam. Während der eine Inhaber die qualifizierte Arzneimittelversorgung gefährdet sieht, positioniert sich die andere im Punkto Karl Lauterbach und geht damit viral. Der Landesapothekerverband Niedersachsen weist auf die schwerwiegenden Folgen für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung durch die Pläne des Bundesgesundheitsministeriums für eine Apothekenhonorar- und Apothekenstrukturreform hin. Der LAV ruft das BMG dazu auf, von den Plänen Abstand zu nehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020